Weil die kommen jetzt definitiv nicht hier hin, weil sie genau wissen, es ist keiner da. Wieso bist du gerade? Ich bin in meinem Baumarkt. Fährt gerade ein Van vorbei. Der fährt jetzt auch zum Verkäufer. Zum Granulierer. Fährt ich? Der Van. In welche Richtung fährt er? Zum Granulierer. Zur Raffinerie also? Ja. Ich bin, äh, geraschen. Die Geschichte ist mir gerade eingefallen, dass er ja da war und dass er der Kollege war und der war nur zum Gucken da. Ja und deswegen war er halt der Spion und er ist so schnell weggefahren und ja. Die haben den gecallt. Hä? Und dann? Du hast zudem noch gesagt, nur oder ich pisse dich an. Hände ich nicht mal erschossen, ne. Hätte ich nicht mal erschossen, ne. Als wenn die mich jetzt nochmal erschossen haben. Nicht erschossen, aber. Wieso haben die dich nochmal erschossen? Ernsthaft? Warum haben die dich jetzt nochmal erschossen? Jetzt ernsthaft, alter? Ey, warum haben die dich denn jetzt nochmal erschossen? Keine Ahnung. Jetzt haben sie, äh, definitiv Ärger. Das war jetzt RDM. Ja. Was war das denn jetzt? Haben die noch irgendwas gesagt oder so? Nein. Ich hab mich im Busch versteckt und was, äh, gewartet, bis sie da weg sind. Oh. Ja. So entschießen wir. Warum schreibst du das, Michi? Weil... Oh man, Michi... Kontaktboxer. Kontaktboxer. Am liebsten müssen wir hinfahren und uns hier einfach überfahren alle. Hätte ich jetzt nämlich auch nicht sofort umbringen dürfen, eigentlich. Naja. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, gell. Deshalb ist nur mal so ein Ende. Aber ist doch unnötig. Wozu? Steht da überhaupt, wer mich getötet hat? Vito Cassico Fero. Also... ... ... ... Vielen Dank.